Jede Familie kann und sollte sich glücklich schätzen, solch ein wunderbares Kind aufzunehmen. Ich hoffe sehr, dass Sie das noch erkennen werden. Ja, ja, es gefällt mir, wie sehr Sie für Ihren Schützling eintreten müssen. Ja, wirklich. Indes werde ich gar keine Gelegenheit haben, dies zu erkennen. Denn mein Zweig der Familie hat den Stammsitz bereits vor gut 50 Jahren verlassen. Aber ich dachte... Ja, Sie dachten wahrscheinlich, dass Miss Rosamund nun dort aufwachsen wird, wo auch bereits Ihre Mutter ihre Kindheit verbracht hat. Ja, genau. Und dies war mir eine herzerwärmende Vorstellung in dieser traurigen Zeit. Ja, das ist nur zu verständlich. Es tut mir leid, Sie, was das betrifft, jedoch enttäuschen zu müssen. Darf ich fragen, wer dort lebt? Natürlich dürfen Sie das. Eine alte Tante von mir mit einigen wenigen Bediensteten. Aha. Es ist landschaftlich sehr schön dort. Ein bisschen karg vielleicht. Besonders die Hochebene oberhalb der Nadelwaldgrenze. Im Winter ist es dort recht kalt. Trotz der Einsamkeit ist es sicher für Mädchen im Alter meines Mündels ideal, dort ein paar Jahre zu verbringen. Und vielleicht, vielleicht haben Sie recht. Womöglich wird Miss Rosamunds Anwesenheit meine alte Tante etwas aufheitern. Gewiss wird Sie das. Wir werden sehen. Mein Sekretär, Mr. Henry, wird Sie beide morgen in meiner Kutsche zum Familiensitz begleiten. Beginnen Sie jetzt also umgehen mit dem Packen. Sehr wohl. Auf die Fahrt in der Kutsche des Lords hatte ich mich sehr gefreut, da mir alles, was dem geliebten Kinde und mir nun bevorstand, wie im Märchen vorkam. Wir fuhren sehr zeitig los. Miss Rosamund und ich konnten die Tränen dann doch nicht zurückhalten, als sie unser gemütliches Pfarrhaus für immer verließen. Ich war froh, dass das Kind schnell wieder einschlief, da sie des Nachts vor Aufregung kaum ein Auge zugetan hatte. Müssen wir noch einmal die Pferde wechseln, Mr. Henry, oder... Nein, nein, das war das letzte Mal. Aha, dann, dann werden wir wohl bald da sein. Ein Weilchen wird es noch dauern. Ich möchte Sie dann auch bitten, das Kind zu wecken, sobald wir den weitläufigen Park von Manor House erreicht haben. Ganz wie Sie wünschen, Sir. Sie, äh, Sie scheinen mir noch reichlich jung, für solch eine Position zu sein, wenn ich das anmerken darf. Ich bin 19 und bereits seit fünf Jahren in Diensten bei Mrs. Estwade. Stets zu Ihrer vollen Zufriedenheit im Übrigen. Ja, ja, schon gut. Daran zweifle ich ja gar nicht. Es ist nur... Ja? Sie wissen ja noch gar nicht, was auf Sie zukommt im Männerhaus. Nein, das weiß ich nicht. Ich hoffe, dass Sie uns dort gut einführen werden. Natürlich, natürlich. Jedoch vermag ich nicht allzu lange zu bleiben. Denn seine Lordschaft erwartet mich heute Abend bereits in Newcastle. Oh, heute Abend schon? Ganz recht. Ich werde daher schon bald nach der Ankunft wieder aufbrechen müssen. Es wurde mir erst bewusst, wie einsam unser Leben nun sein würde, als wir lange Zeit nach dem Durchfahren des letzten Dorfes das Tor zum Park erreichten. Von dort ging es über Meilen hinweg bergauf. Miss Rosselmann betrachtete sprachlos die karge Landschaft durch das Fenster der Kutsche. Wir sahen knorrige alte Bäume und riesige Felsblöcke, die überall auf den Hängen aus den Gräsern und Mosen hervorlugten. Nach einer mühsamen Fahrt auf den ersten Absatz der Hochebene hinauf sahen wir endlich das gewaltig große und weit verzweigte Männerhaus. Düster und dunkel erhob es sich vor dem finalen Aufstieg auf das Hochplateau, wo es keine Bäume mehr gab. Ich gebe zu, uns war nun sehr beklommen zumute. Dieses Gefühl verstärkte sich noch, als uns Mr. Henry in die große, dunkle Halle des Anwesens führte. Ich fahre euch durch, Hester. Bleib einfach an meiner Hand. Was? Was ist denn das? Wie sonderbar. Eine gewaltige Orgel. Ja, eine Orgel. Ich glaube, der alte Lord, der Vater von Miss Farnival, hat sie einbauen lassen. So, das war's dann mit dem Gepäck der Damen. Danke. James, Miss Hester. Ich bin James. James. Puh, es ist kalt hier. Fast kälter als draußen will mir scheinen. Warum brennt denn hier kein Feuer im Kamin? Weil sich hier in der Halle so gut wie nie jemand aufhört. Aha. Am besten führe ich sie gleich in den westlichen Salon. Miss Farnivalen und ihre Gesellschafterin Miss Stark erwarten sie bereits. Und dort brennt selbstverständlich auch ein hübsches Feuerchen im Kamin. Gut, ich bin einverstanden. Ich darf mich dann verabschieden. Oh, Sie wollen schon fahren, Mr. Henry? Ich fürchte, ich muss. Alles Gute für Sie. Danke. Und auch für dich, kleine Miss. Danke, Mr. Henry. Hilf mir. Äh, 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 hast du noch was gesagt, kleine Miss? Ich habe Danke gesagt. Ich, äh, ich dachte, ich hätte noch etwas anderes gehört. Hm, äh, wie dem auch sei. Nun also, leben Sie wohl. Leben Sie wohl, Mr. Henry. Äh, James? Äh, Mr. Henry. Ja. Wir folgten dem alten Diener durch labyrinthartige, zugige und dunkle Gänge. Die kleine Miss Rosamond schmiegte sich angstvoll an mich, und auch mir pochte das Herz bis zum Halse. Zu unserer grenzenlosen Erleichterung war der westliche Salon jedoch ein gemütlich eingerichteter Raum mit einem in der Tat prasselnden Kaminfeuer. Zwei Damen, die eine sicherlich 80 Jahre alt, die andere etwas, aber nicht viel jünger, schauten von ihren Stickrahmen hoch, als James uns eintreten hieß. Äh, bitte gehen Sie vor, meine Damen. Danke. Oh, sehen Sie nur, Miss Farnival. Da sind Sie ja endlich. Was, bitte? Sie sind da. Wer ist da? Das Kindermädchen und die Weise. Wer ist leise? Ach, wozu die Eitelkeit? So nehmen Sie doch Ihr Hörrohr. Ich kenne kein Hermen. Hörrohr. Ihr Hörrohr. Ach so, ja. Wo, wo höpp ich es denn bloß? Da, da liegt es doch. Tatsächlich. Danke.